Hallo, heute möchte ich euch etwas zeigen, wie man die Qualität, die Audioqualität der eigenen Aufnahmen ein bisschen verbessern kann. Ich benutze Band in the Box. Das ist ein Programm, was seit vielen, vielen Jahren schon auf dem Markt ist und was immer wieder verbessert worden ist. In den früheren Versionen war es sehr schwierig, einzelne Spuren dort auszuklinken und zur Weiterverarbeitung zu bringen. In den neueren Versionen gibt es eine wunderbare Einrichtung. Dort kann man also automatisch sozusagen all die angelegten Spuren auch hinterher separieren und dann damit in einem weiteren, neuen Programm arbeiten. Wie ich das mache, das würde ich euch jetzt gerne mal zeigen. Ich hoffe, die Kamera fokussiert jetzt auf mein Band in the Box Layout. Gut, das sollte denjenigen, die damit umgehen, eigentlich vertraut sein. Ich habe eine ganz simple Geschichte aufgenommen, die hier sich abzeichnet. Das ist gar nichts Besonderes, das sind einfache Akkorde. Und ich habe dazu einen Bläsersatz noch gebunden, mir erzeugen lassen von Band in the Box. Der ist ebenfalls zugeschaltet. Man kann den vielleicht mal kurz hören. Nun kann ich ihn natürlich nicht die ganze Zeit gebrauchen, deshalb stelle ich ihn erst mal still. Und dann habe ich sozusagen jetzt meine Begleitung und nehme mir meine Gitarre. Und werde jetzt ein bisschen dazu improvisieren. Nur ganz kurz. Sie läuft also jetzt über den Mixer hier. Der Mixer ist sozusagen direkt in die Soundkarte gebunden und dadurch bekomme ich eigentlich alles hinterher auch zusammengeliefert. Und dann geht's los. Was mache ich jetzt? Erstmal sage ich, Band in the Box soll diesen Take behalten. Hat er ja auch gemacht. Und dann gibt es jetzt die Möglichkeit, in den neueren Versionen hier unter den Erzeugern von den Waffdateien, die auszuwählen mit Optionen. Und zwar gibt es hier eine Möglichkeit, eine Waffdatei pro Spur erzeugen. Ich gucke mir an, wo er den ganzen Stapel dieser Waffdateien eigentlich hinlegen soll. Und da hatte ich mir ein Verzeichnis angelegt, das steht unter Waffspuren. Ich habe ein Freeware-Programm, Music Maker. Ich kann es nur empfehlen. Ich höre es mir mal an, was er da abgeliefert hat. Ja, da ist also jetzt alles zusammen. Moment, stopp. Jetzt haben wir hier unten die Bläser mit dazu. Die kann ich aber eigentlich gar nicht alle gebrauchen. Ich möchte eigentlich nur partiell, da wo ich vielleicht als Gitarrist eine Pause mache, da möchte ich eigentlich die Bläser reinsetzen. Mit solchen Programmen lässt sich das natürlich herstellen. Und ich versuche es mal relativ schnell zu machen. So, warte ich mal. Einen Schnitt. Die vorne brauche ich die gar nicht in dem einen oder ersten Bereich. Dann lösche ich die einfach mal weg. Und hier lasse ich die langsam reinfließen. Und vielleicht, glaube ich wieder, vielleicht, sagen wir mal hier. Oder bis hier. Da setzen wir die Bläser selbst ab. Da kann ich da vielleicht was machen. Nochmal einen Schnitt. So. Und hier können die wieder rausfließen. Ich nehme den mal runter. So. Und guck mal, wie sich das anhört. Ob das geht. Aha, da kam ja eins rein. Gar nicht übel. Finde ich. Ich nehme die hier raus. Die brauche ich nicht. Guck mal, wie lange das läuft und gut geht. Gut. Da heben sie an. Insofern lasse ich sie lieber hier an der Stelle ausklingen. Okay. Ich glaube, so haben wir ein ganz vernünftiges Arrangement. Haben eigentlich nochmal ein bisschen das, woraus es ankommt, hervorgehoben. Und insofern könnten wir jetzt auch daran gehen, das Ganze zusammenzubringen mit einer Videospur. Er normalisiert das, macht den Mixdown und redet es. Und dann hat er es auch schon abgelegt. Okay, das ging relativ schnell. Ich fließe dieses Programm. Jetzt kann ich mir in diesem Programm auch nochmal, das ist ein Videoprogramm, auch nochmal ein Audio-Cleaning vornehmen. Und zwar, ich lasse es mal laufen. Und zwar habe ich hier einmal den Equalizer. Ich finde, die Höhen kommen nicht gut. Und deshalb ziehe ich sie mal ein bisschen höher ein. Und ein bisschen mehr Druck darf der Bass auch haben, aber nicht zu viel. Hier gibt es einen Kompressor. Dann nehme ich eine vorherige Normal-Kompressor. Und dann sage ich, okay, das soll mir reichen. Und jetzt habe ich also meine Tonspur. Jetzt muss ich da oben auf-Nur legen, noch eine Videospur. Und dann kann ich anfangen, das Video zu schreiben. Und wahrscheinlich ist es dann doch noch das gleiche, was ich sehe. Okay, let's start. Und dann kann ich anfangen, das Video zu schreiben. Und dann kann ich anfangen, das Video zu schreiben.